So, was gibt es für unsere lieben Fische, für einen Impuls in den ersten zwei Septemberwochen? Kurz einen Impuls für die Fische, Dankeschön. Wir haben die Acht Stäbe, super, gefällt mir. Und nochmal den König der Münzen, lustig. Die Acht Stäbe, das ist eine Karte, die besagt, dass gute Neuigkeiten reinkommen. Und diese guten Neuigkeiten, die werden dich vielleicht im ersten Moment etwas überraschen. Du wirst vielleicht sprachlos sein. Vielleicht kommt ein Jobangebot, das besagt, ja, du kriegst einen tollen Job, der super bezahlt ist, aber du musst dafür ins Ausland ziehen oder dergleichen. Also es kommt eine Nachricht, die plötzlich überraschend, aber positiv ist. Und hier sehen wir, dass es vielleicht mit dem Geld und dem Job zu tun haben könnte, weil eben der König der Münzen rausgekommen ist. Ist eine langsame Energie aufgrund der Schnecke hier. Da ist eine langsame Geldvermehrung oder Erfolg zu erwarten, aber dafür ist man eben der Chef, der König dieser Angelegenheit. Es wird von Erfolg gekrönt sein, diese Geschichte. Ich wünsche euch schöne erste zwei Septemberwochen und wir sehen uns. Ciao!